Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Try it in class of archivistship Die Kanone, das Schnellfeuergewehr und das Maschinengewehr Stecken die alle drei auf unsere Dreierschiene Und dann haben wir eine anständige Waffe Mal schauen Die wahrscheinlich nur sehr kurz Bursten kann, aber in dem kurzen Zeitraum Macht sie wahrscheinlich Und hat ungefähr 10.000 Schuss rausgehauen Okay So Einmal Zweimal Und dreimal Na, das ist doch mal eine hübsche Waffe So muss das sein Ja, I like it I like it Ist wirklich nur sehr kurz Sehr kurz vor der Waffe Nice roll rooms Challenge rooms And more Each kind of room is different We're not really sure why the archivists Build their ships like this In fact, we're not really sure why they build anything Or how they even beat us in the invasion They cheated That's how They have auto aim All robots have auto aim And no honor Ah Schön Okay Überhetzt 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 Uh oh Whoa Oh come on Okay Einer weniger Teilweise, wenn ich Pickups aufsammle Powerups meine ich Also, ihr wisst schon Meine ich, ich werde getroffen Und wenn ich getroffen werde Meine ich, ich sammle Powerups Das ist für mich noch schwer zu dechiffrieren Dieses Spiel Ah Wer hätte das gedacht War's das? Nee, ich hör noch was Ich hör noch irgendwo was Ah Hier Zum Glück schießen die immer nur dahin, wo ich Wo ich war Und nicht dahin Wo ich sein werde So Wenn ich still bin Dann bin ich noch weg Mer Der Und der 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 So, jetzt haben wir es. Und ich soll mich umsehen nach Challenge-Räumen, Bonus-Räumen. Das hier ist zum Beispiel irgendwie sowas. Ein Glückswürfelraum. Sie versuchen nur, alle Wissen zu archivieren. Sie sind Datenverbraucher und wollen nur alle Daten zurückgeben. Okay, irgendwelche Sprengdinger. Das war gut, dass die hier waren. Gerade noch rechtzeitig gekommen. Ich habe eine Goldmünze. Was haben wir denn für eine Goldmünze? Vielleicht einen schweren Blaster. So, dann würde ich noch einen schweren Blaster. Kann nicht schaden, oder? I'm ready. Die Waffe gefällt mir schon. Ich will noch viel irre Waffen bauen. Gib mir die Waffenteile, ey. Schnell. Oh Gott, Hilfe. Da sind die kleine Rattencrank-Reißer. Puh. Wie hoch kann man nicht hier? Oh Gott. Was ist denn hier los? Oh Gott. Oh Gott. Was zur Hölle? Ich habe es nicht mehr gecheckt. Nicht mehr gecheckt. Hey, Level Up. Na schau. Wird es beim nächsten Mal schon wieder ein bisschen leichter. Crazy Shit. Ich bin nicht gut in Shootern. Das ist, ich, ich, das ist eins der wenigen Genre, mit dem bin ich nie. Everyone's skilled at something. Your skill seems to be dying. Warm geworden. Welcome back. First Person. Third Person, komischerweise mag ich sehr gerne. Sehr ungewöhnlich, oder? Es ist die First Person. Für viele Leute ist ja auch eine First Person so eine Immersionsgarantie. Das höre ich ganz oft so von wegen, ah, ich kann da viel besser in das Spiel eintauchen. Funktioniert bei mir leider gar nicht. Habe ich überhaupt nicht das Gefühl, als könnte ich eintauchen. Im Gegenteil. Für mich ist es eher so, okay, ich bin halt jetzt eine schwebende Kamera. Naja, mein Gott, weiter geht's. Vielleicht sollte ich doch mal meine maximale Gesundheit erhöhen. Ist vielleicht eine bessere Idee. Naja, wie dem auch sei. Für heute ist schon wieder Schluss. Ach so. Nein, wir haben erst sieben Minuten. Dann ist für heute noch nicht Schluss. Dann machen wir das gleich nochmal. Dasselbe. Bald habe ich keine Waffen mehr, die wir mitnehmen können. Okay, machen wir mal was anderes. Wie wäre es mit Mini-Raketen? Mit... Das ist eine gute Idee. Mit mehr Schaden und mehr Geschwindigkeit. Machen wir nur eine Waffe, aber dann nehme ich einen anderen Sockel. Dann nehmen wir nicht den da mit, sondern den da. Okay, machen wir es mal so. Machen wir mal einen Raketenwerfer, der dafür echt stark ist. Einen schnellen, starken Mini-Raketenwerfer. Das ist jetzt mal die Taktik für heute. Ich bin gespannt. Machen wir. Okay. Mal schauen wir mal, ob das Ding reinhaut. Kennen wir schon. Ich weiß ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass das die richtige Waffe für mich ist. Damit muss man zielen und so. Ah, das war eine schlechte Wahl. Guckt euch das an. Ich kann ihn kaum killen. Wenn ich schon den Kleinen kaum killen kann, den soll ich dann den Großen killen. Bitte! Aber scheinbar sind die stationär und können sich nicht so richtig drehen. Ah, das ist gut zu wissen. Das ist sehr gut zu wissen. Okay, Challenge Room. Oder Dice Room. Oder wie auch immer. Ja, diese Roboter sind honorless, soulless Horrors. All AI's are. Nicht so. Ich kann es mir leider nicht anders überlegen. Wenn ich mal reingehe, gehe ich rein. Vielleicht hätte ich es lassen sollen. Au, au, au. Was zur Hölle? Okay, ich muss den Turm erst kaputt kriegen, weil der heilt die Kleinen sonst. Aber ich sterbe gleich. Ah, kein Sinn. Kein Sinn. Das hat keinen Sinn. Oh Gott, ey. Die Waffe war eine schlechte Wahl. Aber hey, man muss rumexperimentieren. Was weiß denn ich? Ich dachte, ein Mini-Raketenwerfer mit ein paar Power-Ups könnte eine echt coole Waffe sein. Ach so, Entschuldigung, das haben wir noch gar nicht gehört gehabt, ne? Ich wollte nur einfach zurück in die Action. Ich will eine neue... Try a different class of archivist ship. Ne neue... Waffe testen. Zum Beispiel... Ich nehme mal nochmal den Dreier-Sockel. Oh, und jetzt? Ich habe echt nicht mehr viel Waffen. Dann nehme ich mal zwei Blaster und einen schweren Blaster. Machen wir einfach mal einen super schweren Blaster. Fieler. Da stand irgendwas mit Fieler. Warum? Warum steht da was mit Fieler? Mich beunruhigen Sachen, die Fieler sind. So. Den da. Den da. Den da. Den da. Schauen wir mal, wie es mit der läuft. As you go, keep an eye out for different kinds of doorknupps. So. Dann müssen wir hier noch die Dicken loswerden. Oh, oh. Blut. Okay, das ging doch. Das war doch okay. So, ich frage mich, was das bedeutet. Es geht immer eine Tür. Okay, ich gehe nochmal in diesen Herausforderungsraum. Das wird wahrscheinlich wieder unser Ende sein. Aber ich kann einfach nicht. Ich kann nicht Nein sagen. Vielleicht kriegt man eine unglaublich coole Belohnung, wenn man es schafft. Wahrscheinlich. Ich gehe davon aus. Ich hoffe es. Und ich hätte gerne eine unglaublich coole Belohnung. Ich glaube, das war es. Okay. Okay. Das war gar nicht so schlimm diesmal. Was kaufen wir denn? Mehr Feuerpower ist immer gut. Wie viel Gold haben wir? Vier Gold. Äh. Vier Gold. Eins. Zwei. 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 Drei. Drei. Äh. Äh. Gravitation minus drei. Wahrscheinlich bei Projektilwaffen, die nach unten sinken. Wie Granaten oder so. Dann kann man die weiter schießen. Vermutlich. Ich kaufe mal noch das Verbandstück. Vielleicht brauchen wir es. Und wenn nicht, können wir eine Waffe bauen, die lustig aussieht. So. Erstmal den hier. Nein, warte. Doch. Nein. Erst den hier. Dann oben so ein langes Stück. Und daran das da. Und noch die kleine. Sehr gut. Ah, ich mag das. Ja, okay. Ich fühle mich viel mächtiger als gerade eben noch. Das ist gut. Das schätze ich mal. Raum drei. Bedrohungstufe 3,3. Die passend. All your bays are belocked to us. Zu viel. Zu viel Zeit auf dem Bildschirm. Ich hab's nicht mehr. Wundervoll. So muss das sein. Hahaha. Schnell, Münze. Yeah. Ah, da oben ist noch ein Stockberg. Sind da noch Gegner? Ja, da sind noch Gegner. Jetzt nicht mehr. Energie plus. Okay. Moment, ich bin von hier ganz oben gekommen, ne? Glaube ich. Wow. Das Stick ist übersehen. Puh, okay. Cool. Shopping. Sieben Münzen. Heiliger Bimba. Wir sind reich. Ich könnte mal eine Gesundheit brauchen. Kostet zwar gleich mal ganz schön viel. Aber ein bisschen Gesundheit ist nie verkehrt. Schwerer Blaster. Mehr Schaden. Sockel. Und die Pulsbox. Na gut, ich nehme mal auf jeden Fall den schweren Blaster. Nehm mehr Schaden. Nehm vielleicht... Wie viel habe ich noch drei? Ach so, noch drei. Können wir alles kaufen? Also nicht ganz alles. Ich nehme lieber noch den Sockel. Und dann bauen wir mal die verrückteste Waffe, die wir bis hier haben. Also. Fangen wir an. Ne, wenn, dann macht es so am meisten Sinn. Ich muss jetzt nur gucken, was wir da unten hinkriegen. Weil der könnte ein bisschen blockiert sein. Ah ja, guck. Ach, sogar einen schweren Blaster. Das ist ja super. Kriege ich da kleine Blaster hin? Ich würde sogar schwere hinkriegen. Aber ich brauche nur kleine. Für meinen Plan. Oh, jetzt habe ich aber gar keine Läufe mehr. Das ist aber blöd. Ich wollte eigentlich schon noch eine Waffe für die andere Hand aufbauen. Das wäre zwar eine echt schöne Waffe, die ich mir mal kurz anschauen will. Ach so, ich habe ja immer noch die Waffen, die ich habe. Äh, Dinger. Äh, ja. Ich meine, wir haben jetzt natürlich... Ja, warum nicht? Okay, gut. Dann bauen wir die andere auch noch um. So, dann fangen wir auch noch mal von vorn an. Da kommt nämlich hier auch... Erstmal... Äh... Das da. Dann das Lange. Und dann das Dreifache. Dann haben wir echt Platz. Wir haben gar nicht so viel Waffen für so viel Platz. Ja, da kommt da unten das Modul dran. Ja, ist eigentlich egal. Uhuhu. Yeah. Schade. Mehr haben wir momentan nicht. Aber das sind schon zwei ordentliche Waffen. Und die sehen echt lustig aus. Ich mag es. Ich mag das. Ich mag wirklich das. Jetzt müssen wir nur die Tour suchen. Oh Gott, schon wieder so ein Challengeraum. Na, von mir aus. Feuer. Oh Gott. Sie haben mich ganz schön gekillt. Und sprengen Sie gar nicht. Oh Gott, nein. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Shit. Ah, tot. Schade, so viele tolle Waffen. Na, man sollte vielleicht nicht in jeden Challengeraum gehen. Aber ich habe mich gerade so mächtig gefühlt. Und jetzt ist alles verloren. Und die Folge ist auch zu Ende. Ich sage, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Ein hartes Spiel. Ein sehr spaßiges Spiel. Ich kann es empfehlen. Und, ähm, sage jetzt... Bis zum Wechselbein. So ist das. Macht's gut. Ciao. Bis zum Wechselbein. Tschüss. Bis zum Wechselbein. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao.